Wie geht's mit, ähm, Erb aus dem Spiel? Was soll da sein? Er hat mal einen Zeitpunkt, nicht viel Änderung. Ja, der... Erst hat er mich aus der Aki geschmissen und alles, ja. Keinen Bock mehr gehabt. Künstler Graben ein Verwertung der Regen auf dem Server da gab es doch so einen Felix ich spiele jetzt wenn ich auf dem Server spiele ich immer mit dem Nikolai du weißt aber schon dass die Radar und Autos anzeigen Jaja Menschen auch Guck links ist wieder was ne ja also weißt ja was noch da los ist ne ja komm jungen verballern keinen sonst ball ich gleich mit dem Hydras ja mein Job aber wo waren wir Lager doch schön im Wald ja wir haben aber jetzt glaube ich schon einige Koffer heute da ist ein Feuer nehm du den hier ich nenne den Little Bird guck mal da unten die zwei Flieger ne nehm ich hab kein Bock den fetten Teil das ist heftig scheiße rein noch fliegt erstmal auf den ich weiß nicht wenn ich ihn immer verlob ähm den der hier abstoß deswegen der Little Bird ist es so bedeutend oh das war zu weit ja auch Erik was ist wichtiger ein Little Bird oder ein Krampf mit dem Kopf beides ähm den Little Bird lässt du auch schießen und auf dem Board machen wir wenn man sich umgekehrt ich muss ja erstmal essen Alter Leute ich habe sich ihn gefahren ja Herr ich bin ja auch beim Everest ich weiß wo du bist dann ich komme mit dir Nicola boob na du gehst jetzt essen da kann ich eh mit den Mittelbergen ziehen ach so ich dachte die Füße die Beine Waffe halten die Beier Karten was so war ich an zwei Metern ja ich muss warten also dahinten der Exner ist einmal Wurde und Nudeln habe ich gefunden, aber habe ich auch gemerkt, weil hier Zombies da waren. Ja, ich guck mal, was da ist, Alter, Junge. Lass mal heute ganz viele Fahrzeuge holen, Nico. Warum passiert immer den Geilisch? Warum kommt immer ein Geilisch am Ende? Warum am Ende? Ach so. Mal sehen, was da... Mit dem Tankenteil kann man doch die Filiz dann auftanken, oder nicht, ne? Ja, deswegen ist das ganz wichtig. Anders will ich auch nicht selber betanken. Ja. Ey, hier liegt noch eine AKS-Rohr. Ja, tut jemand da rein, aber hier, das Tankteil ist den Reifen kaputt. Ah, den finden wir alle. Aber den Tankteil, den brauchen wir auf jeden Fall. Hier, die Little Birds essen und so glaube ich. Ne, 5 mal trinken. Ehm... neid denn vor allen jährlich weiß was der richtig krasse vorteil ist den wir haben wer mit uhr 1 y der hat den fahrzeuge und wir haben wir sind sogar geflogenen über die google punkten weil du ein verletzten haben wieso sowas mit dem der drehen der dreht sich den haben wir sie gefunden die eigentlich verarschen die engine war von grünen mann durch die strecke ok mutter ausmachen und aussteigen bei dem mutter auf die reifen findet ihr überhaupt richtig wenn ich wenn ich schon mehr vertreten gegen den baum geflogen also dann habe ich schon Mache ich öfters? Und wie willst du denn bitte verändern, dass der dreht? Du musst dagegen nennen Mach das mal so schnell, wie der sich dreht Geht eigentlich recht hinzu Das macht man Nikolai? Ich hab geschockt, ein Zombies Nein, darum geht es nicht, aber ich glaube die Typen, die den Dings und so geflogen haben, die waren nicht gerade die... Ich hab schon wieder mal, jawohl, zwei Magazine für die AK Ey, ich hab auch noch zwei L4, ne? Für eine Sniper hab ich wohl viele Magazine Welche hast du, eine AKM? Ich hab eine AKM Ich hab eine AKM Oh, Alter, hier sind wohl viele Magazine für eine Sniper Ach so, ich hab einen Reifen gefunden, ne? Für den... Gut, gut, gut Ich fahr' grad mit dem GAZ rum URZ Oh, ja, warte Warte, konstant Ja, ja 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 Wo bist du denn? Kann ich euch gleich sagen Ich nicht, ich kann weiter essen Ich hab zwei oder drei Oder Fahrgarten bei ihr oder? Ja, nicht, ich brauche ja, äh, 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 äh nicht ich sehe gar nichts Pilot und Kevin wo ich den hier in den Weltrad geflogen habe habe ich nichts gesehen weil ich habe nur noch einen Liter Blut wir haben 3 alle Kinder bestehen da komm ich auch zu euch haben hat sie Pantera auch? nö aber ich werde jetzt mal die Gelegenheit anzufangen Avery, wo bist du jetzt? Sag mal Kordis keine Ahnung wo ich aber du hast auch ein Affid oben ne ne ja das ist einfach nicht das ist mir sehr irgendwo an der Küsse ne 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 Die Blut sind zu essen hier, Alter, das ist so ein Dreck. Schon wieder ein Fahrzeug hier gefunden. Zack, auf dem Radar. So, Pantera. Ähm, 1.5, richtig? So. Gut. Ähm, was braucht man von der Version her? 1.5. Nein, nicht 1.5 oder die Version. Die normale 1. 1.2.6. Braucht schon wieder drei Fahrzeugen in der Stadt. Wir brauchen eben die Pferde. Gibt es auch so ein Dörf? Ja. Gibt es auch ein Dörf? Ich bin doch ganz oben da. Auf dem Erfield? Ja. Ok, ich komme. 2.5. Ja, ich bin ja gleich da. Meinst du jetzt? Ich bin rechts der Nebelstift. Oh, warte. Welches Erfield meinst du hier? Ganz oben. Ganz oben ist auch noch ein Erfield? Jop, da bin ich jetzt. Da gibt es auch ein Heli. Warte, warte mal. Nö, ich. Da gibt es auch ein Sport. Ich bin da mal auf. Wie komme ich denn jetzt hier weg, wenn er fehlt? Da steht ein... Ähm, Leute, so ein Flugzeug mit... Die Propeller sind oben, so zwei Stück. Ach so, Leute. Das ist ja gut. Ich bin da hinten drauf. Da muss ich schon sein Fahrzeug transportieren. Der ist ganz gut. Das ist ja gut. Ich bin da hinten drauf. Ja, dann beginnt Eric mal gleich hier hin. Eric, kannst du den Schilock fliegen? Keine Ahnung, bin ich um die. Aber ich denke mal schon. Die stellen sich ja alle ungefähr in den. Ja, mit Kuh und da ein Fertigland. Naja, das ist klar für mich. Ich denke mal, es ist immer ein bisschen träger. Der dreht sich schwer zu fliegen. Aber nicht von ihm hoch. Der Schilock. Ja, wie fliegt ihr denn denn? Wir haben den Schilock gefunden. Ja, aber wie wollte ich den Lenkrupp? Ja. Bei ihm gehören. Wie weißt du? Ich denke, dass er einen den Lenkrupp an der Kuh und die Tacht auf der Stelle ist. Oh, nein. Ich höre dich. Ich denke, so in die Leitstachterbüchte. Wiesst du, dass... wie die Leitstachterbüchte nach dem Boden ist? Na klar. Ich bin schon tiefer. Links. Ach so, okay, okay. Ich brauche ja in die Barakke rein. So, wo man... Zwei Flugzeugen... Wie kann man so dumm sein und zwei Flugzeuge verkracken? Wie? Der hier steht ein Flugzeug. Der steht recht an der Barakke und ein Flugzeug steht recht im Wald. Was? Das ist ein Flugzeug, oder? Ja. Was ist ein Flugzeug? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Keine... Also kein... Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Mit vorne... Nur vorne ist ein Propeller. Vorne! Wer vorne ist fest? Wer vorne stammt oder ohne? Ohne. Bin drin. 2.000. Das ist echt der von den Schöpferkürstheit. Nein, du tust es nicht. Doch. Nein, du tust es nicht. Aber du kannst eigentlich nicht sehen. Es ist natürlich auch vorne und so. Oh, ich bin gleich schützend. An dem App war ich auch schon mal. Ich bin jetzt quasi direkt gespuckt. Ich auch einmal und hier stand ein Little Bird einmal auch. Aber ganz kaputt. Ich hol dich mal mit dem, ich hol dich mal mit dem Schilock ab. Also ich den jetzt fliegen oder was? Dann flieg du mal dann diesen hier. Ja. Magazine für die Sniper. Und Cola oder was? Ja. Ist der repariert? Ja bestimmt. Ich weiß nicht. Der hat sogar Gia. Wie immer Cola, ne? Ja. Fünfmal. Und? 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 Ja, alles. Und?